Moin, mein Name ist Lili Rodo und ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement beim Kaufhaus Stolz. Aktuell befinde ich mich im dritten Lehrjahr. Ein guter Grund einer Ausbildung beim Kaufhaus Martin Stolz zu beginnen ist, dass die Übernahmechancen sehr hoch sind und meine berufliche Perspektive hier gesichert ist. Moin, ich bin Levin Demtröder und mache eine Ausbildung zum E-Commerce Kaufmann beim Kaufhaus Martin Stolz und bin im zweiten Lehrjahr. Ein guter Grund für eine Ausbildung beim Kaufhaus Stolz sind zum Beispiel die vielen Ausbildungsberufsmöglichkeiten in verschiedenen Abteilungen wie der Logistik, der Verwaltung, im Einzelhandel oder in der Werbung. Moin, ich bin Anthony Hülschlepp und mache eine Ausbildung zum Informatikkaufmann. Während sich andere im Studium langweilen, kannst du einen unserer interessanten Standorte entdecken. Du hast die Wahl zwischen einem Küstenstandort für den entspannten Feierabend am Strand oder zwischen einem Standort in der Innenstadt für den Einkaufsbummel während der Pause. Moin, mein Name ist Sina Milz und ich mache eine Ausbildung beim Kaufhaus Stolz zur E-Commerce-Kauffrau. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ein Grund, bei Kaufhaus Stolz eine Ausbildung zu machen, ist, dass man neben den klassischen Ausbildungsberufen auch noch die Möglichkeit hat, eine Ausbildung im Onlinehandel zu machen, die zukunftsorientiert ist. Moin, Moin, mein Name ist Chantal Kark und ich mache zurzeit eine Ausbildung als Kaufer für Büromanagement und befinde mich dort im zweiten Ausbildungsjahr. Ein guter Grund, beim Kaufhaus Stolz zu arbeiten, ist, dass ich mein erstes eigenes Gehalt verdiene und somit finanziell freier werde. Fühlst du schon? Ich habe dir eins gewartet! Moin, ich bin Anthony Hülschlip und mache eine Ausbildung zum Kaufhaus... zum Kaufhaus... Kaufhaus... Kreativ, ey! Alles klar! Und ich mache eine Kauf... Aua! Kaufhaus Stolz. Mann! So, ich jetzt schon anfangen? Achso, okay. Okay. Ja! So, ich habe echt geschafft! So, ich weiß nicht. Densemble ins Haus. baggage sometimes. Ich weiß nicht. Ah